Alle Spiele, alle Clubs, alles live, die DEL auf Telekom Eishockey. Unser Platz hier oben an der Tafel macht insofern das Besondere aus, dass wir neben der Supersicht natürlich auch direkt über der großen Fernkurve sitzen und diese Stimmung, die dort entsteht, voll mit aufnehmen können. Müller geht schön durch und macht das Tor. Was für ein Ding von Müller. Im Luftwahl ins Lange Eck, 1-0 Berlin. Wenn ich halt oben in der Lose sitze, kriegt man das halt schon viel besser mit, mit den Fans, die Fangesänge und die ganze Atmosphäre in der Halle. Wir legen ja schon Wert darauf, dass diese Plätze hier effektiv genutzt werden. Von daher sehen wir das schon als eine Art geschäftliche Basis. Gerade so etwas, was manch einen erreicht beim Tagesablauf ja nicht. Und da findet man hier natürlich eine ideale Plattform. das ist das, was manch einen h complimentarybetelesen ist.